So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika, willkommen bei Watch The Geek Man und bei mir ist heute der Megavolt. Servus Leute, was geht ab? Genau, und heute geht ab Dome und zwar ist ja das dritte Kartenpaket rausgekommen und wir zeigen uns heute mal den Chaos Modus auf Dome. Total harte, total harte Stoffe. Genau, genau. Feinste Ware, feinste Ware. Feinste Ware, nur fein. Genau. Beim Profi gibt's nur fein Ware. Und wenn ihr liefst, gibt's dick in der Box. So, wollen wir schnell was zum Chaos Modus sagen hier, bevor hier noch mehr Gegner kommen, als wir jetzt schon da sind. Beim Chaos Modus geht's auf jeden Fall darum, immer nur Hitmarker und, äh, also Hitmarker nicht zu kassieren, sondern einfach nur zu verteilen, sodass quasi der Multiplikator immer höher geht. Je höher der Multiplikator, umso besser, desto länger geht das Spiel und, ähm, was ihr auf jeden Fall auch einsammeln müsst, ist der, sind die, sind die Marken, die da, die die Gegner immer droppen. Ja, ähm, Megawalt, fällt dir noch was ein? Ja, ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass die Zeit nicht abläuft. Genau. Ihr habt immer wieder diese plus 60 Sekunden Kisten. Genau, und die Freeze Kisten. Ja, und die Freeze Kisten. Und ihr müsst immer schauen, dass ihr die Zeit irgendwie ein bisschen hoch pusht. Und wenn die Zeit abgelaufen ist und euer Multiplikator down ist, ist das Spiel vorbei. Okay, schauen wir jetzt zum Freeze. Das heißt, wenn ihr zu zweit spielt, muss immer einer reinhalten, solange der andere die Kisten und so weiter holt. So haben wir's jetzt auf jeden Fall mal verstanden. Oh, da gibt's nur bloß 60. Hab Verlängerung. Nice. Und ansonsten einfach reinhalten, wegrotzen und Pumpe machen. Eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Oh, ich bin down. Oh, jetzt kommen wieder die Hunde hier. Oh shit, na, zum Glück haben sie keinen C4 dran. Oh, da hinten gibt's Multiplikator. Oh, Leck. Powerleck. Ja, hast du's gemerkt? Ja, aber hallo, ey. Siehst du gerade, wie du Pornos nebenher oder was? Nee, die Pornos, die hab ich sein lassen. Nein, Leute. Oh, keine Pornos, das sind das Wilde behauptet. Ich hab hier einen Juggernaut, ich hab hier einen Juggernaut am Start. Oh Gott, ich hab ihn. Schöne ist, der Spielmodus geht richtig Sahne ab. Genau, also, also ihr seid hier nur, ich steh hier nur, wir stehen hier nur unter Stress die ganze Zeit. Ich hab hier eine 5k-Kiste. Nice, wir brauchen mal wieder Zeit. Wir brauchen auch Lebensrüstung Optimismus, aber jetzt brauchen wir hier in dem Spiel einfach mal Zeit. Genau, Freezehammer, da ist noch ein Freeze-Megavolt, heb du dir den mal auf, bitte. Wo ist denn der? Ich hab jetzt gefreezed auf jeden Fall da hinten. Der ist irgendwo da hinten. Oh ja, ich hol den mal. Scheiße. Komm, 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 komm. Ja, der ist so weit da oben. Du musst reinhalten, du musst reinhalten, bleib dran. Scheiße, ich kann keine Moon aufnehmen, ich hab keine... Was? Noch einmal. Okay. Du, Eliminator. Oh Gott, ich hab den letzten Eliminator. Das wäre am Zeit, richtig. Sahne, sag ich mal. Jetzt kommen die Juggernauts, Megavolt. Oh, jetzt kommen die Jungs, ja. Jetzt ist die Party on, ja. Scheiße. Granaten zu spammen, hey. Komm, bei dir ist, glaube ich, 5k oder so. Warte mal, wo denn? Ja. Dieses Stück Anal-Fugger von Juggernaut geht nicht down. Nee. Das ist so krass, eben, vor allem die mit dem Schild, die sind der härtesten. Nur die harten kommen in den Garten. Ja, nur die. Okay, jetzt müssen wir reinhalten, Aldo. Oh, ich bin down, ich bin down. Scheiße, soll ich dich holen? Geht, geht, geht. Scheiße, ich bin komplett down. Nee, ich bin noch nicht komplett down. Das ist mein letztes Leben jetzt, was ich jetzt hab. Da musst du mich holen. Wir müssen jetzt zusammenbleiben, Megavolt, sonst schaffe ich es nicht. Du hast doch eh kein Leben, oder? Nee, ich hab kein Leben, aber... Verlängerung. Oh, Aldo, die haben Verlängerung geliefert. Hol du das Ding mal. Wo ist denn das? Gute Frage. Da hinten. Ich muss erst mal das Geschütz aufbauen. Oh, 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 oh. Alter, die Verlängerung ist natürlich wichtiger. Ja, 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 ich hol sie doch. Ich hab's, ich hab's. Nice, Alter. Jetzt geht... Oh, oh, mein Gott. Oh, ich bin down, Megavolt. Du musst mich holen, du musst mich... Megavolt, du musst mich holen, Mega. Hab's schon gesehen. Oh, hier ist ein Mega-Juggernaut. Was ist ein Mega-Juggernaut? Nein, der ist groß, der ist groß, der ist groß. Der will mich hauen. Nein, ich bin down, Mega. Scheiße. Oh, 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 oh. Ja, du hast gesagt, du sollst mit Mega-Juggernaut zum Spielen gehen. Nein, ich bin auch down. Oh, ich bin auch da. Ich bin wieder da. Ja, dann hol mich, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Ich hab keine Chance, ich hab keine Chance. Scheiße, Alter. Du bist so viel Gegner. Ich kann nicht mal mehr laufen. Junge, das ist zu hart, das ist zu hart. Oh, ist das krass, ist das krass. 5 Minuten 13, damit kann man doch erst mal leben, oder? Auf jeden Fall. So dass, dass wir noch die Chaos-Nubs sind. Ja, also dafür, dass wir das das erste Mal jetzt gespielt haben, denke ich mal, keine Ahnung, was da Rekorde sind. Wir haben uns auch nicht damit weiter beschäftigt oder so. Halt richtig krass, wie der Modus abgeht. Und Mega-Volt, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass wir hier das mal anspielen durften, wa? Ja, sehr gerne, wie mit dir doch immer, ja? Na wunderbar, meiner. Gut, Mega. Und ihr da draußen, bis zum nächsten Mal, euer Pokiger. Und natürlich... Mega-Volt, haut rein. Servus, tschüss!